Die SPD Beckinghausen steht hier am Wehr in Lünen-Beckinghausen. Hier ist der Lippe-Wanderweg, der 17 Kilometer lang ist. In Beckinghausen selbst gibt es hier vier Stationen. Wir stehen nicht umsonst heute Morgen hier. Dieser Weg ist gefördert durch die EU und wird sehr gut angenommen. An den 16 Haltestationen hier im Lünener Stadtgebiet gibt es jeweils so eine Stähle, wie Sie die im Hintergrund sehen können. Es ist ein Erlebnisweg, es ist sehr informativ. Neben den Stählen gibt es hier Informationen zu den einzelnen Haltepunkten und es macht sehr viel Spaß für die Leute hier lang zu radeln. , wie es das Gäste kommt? Die Sendung wird hier oben im Lünener Stadtgebiet geöffnet.